SharePoint-Podcast, Ausgabe 391 vom 9.05.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, unzuverlässig wie fast jede Woche herzlich willkommen zur 391. Ausgabe des SharePoint-Podcast Auf dem Weg nach SharePoint 2019 steht über dieser Episode und damit möchte ich darauf hinweisen, dass in zwei Wochen auf der SharePoint-Konferenz Nordamerika in Las Vegas ja die neue Version von SharePoint 2019 vorgestellt werden soll Ankündigungen sind ja alle schon raus und auch ich mache mich sozusagen auf den Weg nach SharePoint 2019 mit einer neuen Videoserie Der Trailer ist schon online, den könnt ihr euch anschauen Ich verlinke ihn auch gerne mal hier in den Shownotes auf SharePoint-Podcast.de Ja, was will ich in diesem Podcast beziehungsweise in diesem Video-Format machen? Ich möchte gerne so ein paar Themen diskutieren Was erwartet uns von SharePoint 2019? Brauchen wir zum Beispiel noch Intranets? Welche Features werden kommen? Und wenn er dann da ist, dann wollen wir mal gucken was er mit den Features machen kann Wir haben ja schon gesehen, Hub-Sites sind da Communication-Sites Hybrid-Szenarien Also da passiert einiges im Moment und wird auch noch einiges auf der Konferenz vorgestellt werden Interessant wird auch sein, welche Features, die wir in SharePoint Online ja schon kennen Also eigentlich müsste ja alles schon da sein SharePoint wird ja in der Cloud entwickelt Aber was davon kommt denn in den SharePoint-Server 2019? Gibt es da neue Migrationsszenarien? Wie sieht der hybride Betrieb aus? Also viele Dinge, die zu diskutieren sind Ich habe schon das einmal eine kleine Interview aufgezeichnet Und wenn ich dann auch noch dazu komme, die Videos umzusetzen Dann wird es das als Format geben Link, wie gesagt, in den Shownotes auf dem Weg nach SharePoint 2019 Ich bin nun nicht der Einzige, der sich auf diesen Weg begeben hat Sondern auch der Vater von SharePoint, wie es immer so schön heißt Mr. Jeff Tiber ist auf den Weg gegangen und hat auf LinkedIn eine Artikelserie gestartet Die er dann nennt Hitting Refresh on SharePoint and More Er hat bisher zwei Artikel veröffentlicht und rekapituliert ein wenig die letzten drei Jahre von SharePoint wo er ja praktisch mit die SharePoint Jungs bei Microsoft und Redmond wieder mit unter seine Fettiche genommen hat und quasi dann nochmal den Reset-Button gedrückt hat und ja, SharePoint mit neuer Kraft in den Markt gedrückt hat beziehungsweise den Begriff genommen hat und das jetzt in SharePoint und Office 365 und in OneDrive alles zu Leben erfüllt Also darüber berichtet er in seinen beiden Artikelteilen und die ist noch eine etwas längere Artikelserie angekündigt Die Links dazu, wie gesagt, in den Shownotes auf sharepointpodcast.de Die SharePoint-Konferenz Nordamerika findet ja statt vom 21. bis zum 23. Mai also Pfingstmontag bis Mittwoch Und zur Keynote am Pfingstmontag Die Amerikaner kennen ja Pfingstmontag nicht also insofern kümmern sie sich darauf wenig drum also gibt es die Eröffnungs-Keynote mit Jeff Tieper als SharePoint Virtual Summit 2018 mit anderen Worten als Live-Übertragung beginnt um 18 Uhr am Pfingstmontagabend und wenn ihr da nicht zufällig beim Grillen sitzt oder gerade weil ihr beim Grillen sitzt und euch das anschauen wollt könnt ihr dann dieser Keynote folgen und werdet sozusagen aus erster Hand alles bekommen was ja dann an wichtigen Mitteilungen da ist und verteilt werden soll Also wieder SharePoint Virtual Summit am Pfingstmontag um 18 Uhr als Live-Stream Dann sind wir ja schon mittendrin hier in den Themen die wir diskutieren wollen und ich habe hier ein paar Nachrichten noch zusammengestellt einmal SharePoint Online der Newsfeed ihr wisst ja alle der SharePoint Newsfeed dümpelt ja so vor sich hin und nun ist auch so langsam sein Ende angekündigt denn auf SharePoint Online wird er ab Juni so langsam ausfaden dann wird er nur noch auf Read-Only gesetzt werden und ja so nach und nach kann man sich dann praktisch vom SharePoint Newsfeed auf SharePoint Online verabschieden Microsoft empfiehlt stattdessen mal in Team News in Communication Sites oder Yammer reinzuschauen um das als Alternativen zu benutzen klar so ist die Strategie da geht es hin betrifft nicht SharePoint 2016 on-premise ob es SharePoint 2019 on-premise betreffen wird werden wir sehen steht auch noch nicht fest aber wie gesagt der Newsfeed er läuft auf SharePoint Online aus dann hat Microsoft mal wieder ein bisschen an der Preisschraube gedreht beziehungsweise sie mal nach unten gedreht ja es wird nicht nur alles teurer sondern es kann auch etwas günstiger werden beziehungsweise man kann für das gleiche Geld mehr bekommen insofern hat Microsoft jetzt für OneDrive und SharePoint Online den Tenant Speicher erhöht jetzt heißt es praktisch 10 Gigabyte 1 Terabyte plus 10 Gigabyte pro Benutzer also vorher hieß es 1 Terabyte Speicher plus 500 Megabyte pro Nutzer jetzt sind es 10 Gigabyte pro Nutzer der Speicherbedarf oder Speichervolumen was bereitgestellt wird also erhöht worden Hans Bränder hat es in seinem Beitrag den ich hier auch verlinke kurz und knapp beschrieben da wir gerade beim Hans sind wir hatten ja hier vor zwei Monaten den Vortrag von Hans im Video aufgezeichnet den er auf unsere Usergroup gehalten hat über OneDrive Mr. OneDrive redet über OneDrive und in seinem Blog hat er jetzt einen interessanten Artikel veröffentlicht der sich mal damit beschäftigt wir haben OneDrive eingeführt aber keiner geht hin Hans macht ja vor Ort bei Kunden Workshops zum Thema OneDrive und die Einführungsszenarien ja und kommt dann zum Schluss okay da muss man sich wirklich ein bisschen besser drum kümmern damit auch OneDrive im Unternehmen dann tatsächlich funktioniert ja und mit der Technik ist nichts drin nicht nur Technik macht es man muss ja auch über Technik Bescheid wissen aber man muss natürlich auch die Methoden ändern wie man mit Daten arbeitet das hat er in dem Artikel zusammengefasst schaut ihn euch an spannende Artikel auf dem Blog von Hans Bränder so und dann haben wir ja noch wie viele Tage auch fast 25. also haben wir noch gut 14 Tage Zeit bis dann die große GDPR Datenschutz-Grundverordnungsklappe fällt ich hoffe ihr seid alle vorbereitet wir machen ja hier zusammen mit dem Niki Borell immer regelmäßig unsere Updates und der Niki hat sein White Paper zum Thema Field Guide vor Office 365 und Azure aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht dieses White Paper was er letzten November ja zusammen mit dem Rechtsanwalt ausgearbeitet hat stellt ja sozusagen gegenüber welche Funktionen in Office 365 die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung umsetzen so und das ist jetzt aktualisiert und könnt ihr euch kostenlos herunterladen der Link ist in den Shownotes so dann habe ich für euch ein paar kleine Tipps ein paar Link-Tipps was mir so aufgefallen ist zum einen gibt es wir haben ja gerade gesagt im Artikel von Hans war zu lesen Technik ist nicht alles es geht darum auch die Mitarbeiter zu schulen sie einzuführen es gibt mittlerweile ein ziemlich umfangreiches Trainingsmaterial von Microsoft kurze einfache Videos für Office 365 Lizenzhelfen Schritt-für-Schritt-Anleitungen nennt sich Schulungen für die Microsoft Cloud und ist auf support.office.com veröffentlicht das ist ein ziemlich umfangreiches Portal lohnt sich mal da rein zu schnuppern da ist sicherlich für den einen oder anderen was mit dabei wo er sagen kann oh das hilft mir in meiner täglichen Praxis wenn ich das Ganze umsetzen möchte und zum Thema Links und Link-Verzeichnisse da es gibt ja mittlerweile so diverse Visualisierungsversuche wie man Office 365 in hübsche Grafiken packt für uns alte SharePoint Leute ihr wisst noch die gute alte SharePoint 2007 Torte mit den sechs Schnittstellen mit den sechs Funktionsbausteinen das passt ja heute alles nicht mehr rein und zu den großen Visualisierern gehört ja Matt Wade und der hat Staying Up To Date mit Office 365 eine Infografik aufgebaut die mal so ein riesiges Ressourcenverzeichnis zusammenstellt wo man auf Office 365 die verschiedensten Quellen findet also angefangen von den Tech-Community-Seiten über die Twitter-Feeds über die YouTube-Kanäle die Feedback-Kanäle die verschiedenen Blogs da drin eine gute umfangreiche Ressource um sich das Ganze mal vielleicht mal schrittweise abzuarbeiten und zu sehen wo ihr auch mal herausfinden könnt habt ihr eigentlich schon alle relevanten Kanäle abonniert wusstet ihr überhaupt dass es die gibt ja nimmt man sich mal eine halbe Stunde Zeit blättert das mal durch aktualisiert seine Newsfeeds oder seine Benachrichtigung und dann gut ist man ist dann wieder auf dem neuesten Stand was haben wir noch für einen Tipp ach ja zum Thema Nachrichten direkt vom Microsoft SharePoint Team aus Redmond Intrazone Podcast von Podcaster zu Podcaster Intrazone Podcast mit Mark Cashman und Chris McNulty Mark Cashman und Chris McNulty bekannt sind ja die prominentesten Promotoren von Microsoft und Redmond auf allen Veranstaltungen zu vertreten und die beiden machen jetzt einen Podcast der nennt sich Intrazone zwei Episoden sind mittlerweile draußen und da bekommt ihr halt aus allererster Hand direkt von den Leuten die sie wissen müssen die neuesten Informationen Hintergrundinformationen rund um SharePoint Office 365 und mit dazugehörigen Cloud Services empfiehlt sich da unbedingt reinzuhören ich werde auch das ein und und dann mal hier mit sozusagen als Kondens als Kondensat mit hier veröffentlichen zum Beispiel jetzt kleiner Tipp oder kleiner Hinweis habe ich nämlich in der ersten Episode gehört wo es unter anderem um SharePoint Hub Sites ging da kam die Aussage von Mark Cashman nein SharePoint Hub Sites sind nicht gedacht um sozusagen das globale Intranet in Zukunft als Topseite zu lösen dieses Problem und auch die SharePoint Home Seite ist nicht als Einstiegsseite in das Intranet gedacht waren so ein paar ganz interessante Nebensätze die da sozusagen auftauchten denn meine Frage die ich mir gerade zur Seite stelle ist wie sieht eigentlich in Zukunft das Intranet oder das was wir als klassisches Intranet Portal kennen in der Microsoft Online Strategie aus das wird noch sehr spannend also die beiden Teile sind es noch nicht oder zumindest nicht in Gänze oder nur teilweise spannende Sache hört euch einfach mal den Podcast an ist sehr interessant da ist also wie gesagt immer ein großer Teil direkt aus Redmond und dann kommen auch nochmal ein oder zwei Experten zu speziellen Themen zu Worte und dann ist meistens auch noch ein Partner dabei der vielleicht noch eine Lösung vorstellt sehr schön gemacht Intrazone Podcast mit Marc Cashman und Chris McNulty gut kommen wir zu den Terminen beziehungsweise zu unserem heutigen Talk Gast und das ist der Rudi Knecht er hat uns etwas mitgebracht nämlich das Office Camp 2018 eine Veranstaltung die vom 18. bis 20.06. in Gelsenkirchen stattfinden wird und ja die ein bisschen anders ist als die SharePoint und Office 365 Veranstaltungen die wir sonst so kennen und Konferenzen die wir sonst so kennen was es damit auf sich hat und worum es da geht und was das spezielle Konzept ist das erklärt uns jetzt der Rudi mal im SharePoint Talk Ich bin der Rudi Knecht ich bin Niederländer vom Grund auf Problemlöser und seit meinem 13. Leben schon in der IT tätig als Programmierer Trainer und seit 15 Jahren sind wir Veranstalter von mittlerweile 30 erfolgreichen IT-Fachkonferenzen Ja und ihr macht jetzt eine Konferenz im Juni die nennt sich Office Camp 2018 die beruht wie du schon gesagt hast auf einem Konzept was ihr seit mehreren Jahren mit anderen Formaten durchgeführt habt kannst du mal kurz erklären wie ihr das Office Camp 2018 aufsetzen werdet Ja also das Konzept von dieser Konferenz ist relativ einfach wir machen das eigentlich mit zwei Leitfaden nämlich den ersten Fachwissen was nicht weitergegeben wird geht verloren und gebildet ist wer weiß wo er findet was er nicht weiß das heißt in Klartext wir machen die Sessions so dass die Menschen lernen können dafür sind die Sessions 90 Minuten lang alle und die haben damit die Möglichkeit tiefe Einblicke im Thema zu geben Demos während diesen 90 Minuten sind normal und am Ende gibt es die Möglichkeit für Fragen und Antworten jede Session wird immer gefolgt von einer Pause die mindestens 30 Minuten ist Essenspausen sind 90 Minuten und diesen 30 beziehungsweise 90 Minuten sind also explizit dafür da um das Networking was man zwischen Teilnehmer und Referenten hat ausführlich und gemütlich und offen zu haben wir machen das seit 15 Jahren und wir haben über 3000 zufriedene Teilnehmer in dieser Zeit vor Ort gehabt und das was bei uns so besonders ist ist dass wir eine unglaublich hohe Rückkehrerquote haben also Wiederkehrer 70% der Menschen die mal da waren kommen wieder das Thema der Konferenz die ihr im Juni startet die geht ja vom 18. bis zum 20. Juni man sollte vielleicht auch noch sagen findet statt in Gelsenkirchen und ihr habt euch jetzt quasi auf die Fahne geschrieben das ganze Thema SharePoint Office 365 Azure also den ganzen aktuellen Microsoft Stack wir haben die Referenten dazu zusammengesucht wir sind noch auf der Suche nach den letzten paar Referenten für bestimmte Themen aber ansonsten haben wir ein relativ volles Programm was fünf Tracks nebeneinander parallel laufen damit eine riesen Auswahl diese Konferenz findet statt in einem Maritimhotel wo wir also sowohl die Zimmer als auch die Räumlichkeiten haben das heißt alle Referenten und Teilnehmer sind gemeinsam in das gleiche Hotel es geht keine raus es geht keine rein es ist von morgens früh bis abends spät innerhalb der gleichen Räumlichkeiten Teilnehmer und Referenten haben also die Möglichkeit die näher zueinander zum hervorragenden Networking zu benutzen das ist also ein Schwerpunkt den er tatsächlich auch darauf legt den Austausch mit den Sprechern und den Teilnehmern untereinander und auf der anderen Seite eben wie hast du schon erwähnt 90 Minuten lange Sessions also da kann man mal wirklich richtig tief ins Thema einsteigen mit Demos mit Fragenmöglichkeit während der Session am Ende der Session und wir haben noch eine Spezialität wir haben etwas was ein Hands-on heißt das ist die gleichen Dauer 90 Minuten wo man seinen eigenen Computer mitnehmen muss oder soll besser gesagt und auf dem Moment an seinen eigenen Computer das Thema mit den Referenten und den 10-20 Teilnehmern die in den gleichen Raum sitzen durchgehen kann man kann sich da eine von acht Themen raussuchen die also während der ganzen Konferenz angeboten werden wo man also die 90 Minuten Hands-on direkt ausprobieren kann unterstützt von den Referenten ein Thema von A bis Z durcharbeiten das Gelernte auf dem eigenen PC direkt auch mit nach Hause nehmen und da ist dann entweder weitermachen oder weiter vertiefen Kannst du noch was zur Preisgestaltung sagen ihr bietet ja ein Komplettpaket an Ja wir bieten ein Komplettpaket an mit fünf All-You-Can-Eat Buffet-Mahlzeiten zweimal Frühstück zwei Übernachtungen und den ganzen Konferenz was einfach heißt ein Rundum-Sorglos-Paket man kommt an man stellt seine Tasche im Zimmer ab und man ist den Rest der drei Tage auf den Konferenz unterwegs das Einzige was man abends nachts tut ist in den Zimmer zurückziehen schlafen und morgens wieder aufstehen den Komplettpaket beinhaltet also nicht nur den Konferenztage sondern auch das Essen das Trinken in der Pausen und in der Mittagspause Essenspause gibt es Essen und Trinken umsonst das Ganze passiert ohne jegliche Sponsoren keine Aussteller keine Sales Leute das heißt es ist eine reines Fachwissen Vermittlung was kostet das ganze Paket das ganze Paket kostet für den SharePoint Members 14,99 zuzüglich Mehrwertsteuer auf dem Moment dass man auf den Webseiten officecamp.de geht gibt es die Möglichkeit für die Anmeldung und dort steht der Standardpreis 15,99 unter Besonderheiten dann den SharePoint Portal eintragen und dann werden automatisch 100 Euro als Rabatt abgezogen das ist für den ersten Teilnehmer den zweiten Teilnehmer von der gleichen Firma kriegt 10% Rabatt also kriegt nochmal 149,90 obendrauf als Rabatt Rückkehrer Menschen die auch schon mal da waren kriegen zusätzlich 60 Euro Rabatt die Agenda du hast ja schon erwähnt ihr habt schon eine umfangreiche Agenda zusammengestellt einige Sessions fehlen noch aber man findet sie auf der Webseite officecamp.de ja und da gibt es den Punkt Agenda da stehen die zeitlich aufgelistet unter den Themen stehen die gleiche Sessions aufgelistet mit entsprechenden Beschreibungen man kann aber sowohl bei den Themen als auch bei den Agenda auf den Session Nummer klicken und dann kommt ein Popup mit den Text ebenso das gilt sowohl für den Referenten als auch für den Teilnehmer für den Sessions und ich habe schon gesehen die Keynote wird von Microsoft übernommen von Peter Moy das ist ja auch ein ganz langjähriger Microsoft Mitarbeiter der über den Modern Workplace spricht aber dann sind auch mit dabei der Michael Fietzke ist mit dabei habe ich gesehen der Hans Brenner der Fabian Moritz also wirkliche technische Experten die dann auch einen tiefen Einblick in jeweils ihre Themen geben werden ja sowohl den Opening als auch den Closing Session werden von Microsoft gemacht den Closing Session kommt von dem Bernd Fellgut die Sessions sind alles von Experten auf ihrem Gebiet gemacht es gibt noch einen Zusatz von mir die Atmosphäre alles dreht sich um Fachwissen Austausch Network Fragen und Antworten die Möglichkeiten zur Optimierung neue Perspektive zu holen Konzepte zu sehen und zu erfahren das miteinander Spaß und Kreativität haben alles in einer lockere begeisterte Umgebung alles klar gut dann vielen Dank und viel Spaß beim Office Camp 2018 danke Jo also das Office Camp 2018 vom 18. bis 20. 6. 2018 in Gelsenkirchen und über die SharePoint Community Angebotsseite könnt ihr die Veranstaltung entsprechend zu den vergünstigten Konditionen buchen es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen unser Terminkalender ist wieder pippepappenvoll für bis zum Sommer und natürlich auch schon mit Blick in die Veranstaltungen die im Herbst stattfinden werden insbesondere die großen Konferenzen da gibt es zum Beispiel die European SharePoint Office 365 und Azure Konferenz Ende November in Kopenhagen und es gibt die Office 365 und SharePoint Engage Konferenz in Amsterdam Mitte November die beiden großen die es ja auch in den letzten Jahren immer schon zu diesen Zeitpunkten gab beide haben vergünstigte Angebote für die Community schaut auf die Angebotsseite dort findet ihr das Ganze dann arbeiten wir gerade also was heißt wir der Raphael Kölner und der Hans Brenner plus noch weitere Community Aktivisten arbeiten an einer Office 365 Teams Konferenz die in Köln stattfinden wird ich verlinke euch das mal dazu da kann man sich noch gar nicht noch anmelden im Moment läuft ein Call für Paper und es soll in diesen zwei Tagen dort schwer Mäßig um Vorträge gehen die nicht unbedingt von die aus der Community kommen es wird kein Barcamp werden aber es wird halt so eine mehr community orientierte Veranstaltung werden office 365 hero .de unter Konferenz nachschauen da könnt ihr Infos zu dieser Veranstaltung bekommen und euch schon mal vormerken so dann gucken wir mal nochmal auf unsere Terminliste da ist zum Beispiel der New Workday der ist in der nächsten Woche in Aschaffenburg von der Comfort Tech da werde ich auch mit vor Ort sein und Vorträge halten zusammen auch mit Gernot Kühn wir werden auch von dort mal ein Video machen glaube ich das wird sehr spannend werden könnt ihr auch noch gerne euch anmelden zu der Veranstaltung natürlich der Collaboration Summit vom 28. bis 30.05. in Mainz die große Community Veranstaltung hatten wir hier auch schon mal den Matthias Eining von Renkor der Mitorganisator ist im Interview in einem der letzten Ausgaben und der Veranstaltung läuft dort super es haben sich schon über 1000 Teilnehmer gemeldet und angemeldet also das wird eine richtig große Veranstaltung werden und last but not least in einem der nächsten Podcasts werde ich auch mal wieder mit Uli Boddenberg sprechen der ja seine Consulting Seminar Reihe auch in diesem Jahr wieder fortsetzt und ein neues Seminarangebot aufgesetzt hat nämlich im SharePoint Consulting Seminaren auch Office 365 Consulting Seminare anbietet oder anbieten wird Termine gibt es schon Vergünstigen für die Community gibt es auch schon und was es damit auf sich hat wie gesagt in einem der nächsten Folgen im Interview damit so dann bin ich durch für heute und ja ich freue mich wenn ihr Feedback gebt und die Show nutzen wie gesagt auf sharepointpodcast.de und in diesem Sinne sagt Tschüss bis zum nächsten Mal der Michael Das war der SharePoint Podcast Das auditive Update für die engagierten SharePoint Anwender Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Das war's bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal